Dieses komische Oktopus-Fondue-Rezept ist übertrieben krass viral gegangen. Und ich will jetzt halt einfach... Sieht ein bisschen aus wie hier Irrenmann. Marius! Snack in dir rein, boy! Biggie! Ich mach das jetzt! Fälliges Fackblech. Italienischer Teiglappen. Im Originalrezept wurden diese eher unterdurchschnittlich großen Würstchen benutzt. Ich allerdings möchte dieses Rezept mit dem außergewöhnlichen Fallus des Gönnyamin-Buttons machen. Ob das mit diesem Riesenteil überhaupt funktioniert, keine Ahnung. Müssen wir gleich rausfinden. Schlitz-Demo-Gorgon-Vibes. Jetzt kommt der Käse. Ich hab irgendwie nicht den Eindruck, dass das Konzept irgendwie aufgeht. Jetzt der Strohhalm-Trick. Kinder, es ist Teigdeckelzeit. Teigdeckel, frische Teigdeckel. Jetzt kaufen. Ansonsten ist es ja eher ein klassisches Rezept. Also es ist alles normal im Step. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Es war kurz ein Lebenszeichen da. Das ist mir so rille. Hallo! Herzlich willkommen bei Sallys Welt. Wie das aussieht einfach. Soll er trotzdem Augen bekommen? Du weißt, was es ist. Deutsches Pesto. Hi! Geschmackstest. Ist dieses Rezept praktisch? Nein. Ist es lecker? Nein. Ich wusste, die Sache hat einen Kraken.